Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem sehr kurzen Input-Video für unser Seminar Herabsetzen, Schmähen, Beleidigen, Sprach- und Invektivität. Wir wollen uns heute mit dem Konzept der Priorisierung nach Lann-Hornscheid beschäftigen. Doch zunächst ein Rückblick auf die letzte Sitzung. Da hatten wir uns beschäftigt mit der pejorativen Semantik von Beleidigungswörtern, also das, was in der konventionellen lexikalischen Bedeutung von Schimpfwörtern an pejorativem Gehalt verankert ist und das, was wir also kennen müssen, wenn wir diese Wörter korrekt verwenden möchten und das, was zum Beispiel auch in Wörterbüchern abgebildet werden muss. Und die Forschung ist sich einig, dass Beleidigungswörter deskriptive und expressive Bedeutungsanteile haben. Also sie beziehen sich auf bestimmte Gruppen, auf bestimmte Personen und geben gleichzeitig, aber damit kann man gleichzeitig zu erkennen geben, dass man diesen Gruppen und Personen gegenüber eine bestimmte Einstellung hegt. Aber wie genau deskriptiv und expressiv miteinander zusammenhängen, welchem Verhältnis und so weiter, das ist der strittige Punkt. Wir hatten uns mit Technos Vier-Komponenten-Modell beschäftigt. Er differenziert das nochmals aus in referenzielle, pejorative, expressive und skalare Bedeutungsanteile. Und wir hatten das auch in der Übung ausprobiert, das mal anzuwenden und hatten gesehen, dass es gar nicht so einfach ist, das im Einzelnen genau zu bestimmen. Aber das ist eben mal ein Vorschlag, wie man hier bei der semantischen Analyse vorgehen kann. Ja, und heute wollen wir uns dann mit Lan Hornscheid beschäftigen. Ihr Text und das Konzept der Priorisierung ist gezielt ans Ende einer Trias gesetzt, wie man sagen könnte. Versuchen wir es uns nochmal zu vergegenwärtigen. Wir hatten gesehen, Krämer sagt, es gibt kein Lexikon der verletzenden Sprache. Also es gibt kein Wort, keine Äußerung, die immer zu allen Zeiten per se verletzend wäre. Und es ist immer eine Frage, wie es in der Interaktion, im Kontext jeweils ausgehandelt wird. Und letztlich sind es die Betroffenen, die Verletzten, die darüber entscheiden, ob etwas verletzend ist oder nicht. Techno hingegen sagt, naja, es gibt sehr wohl so etwas wie einen Beleidigungswortschatz, wo wir eine konventionelle, priorative Bedeutung haben. Wenn wir das Wort Polacke hernehmen zum Beispiel, dann gehört es einfach zur konventionellen Bedeutung, dass ein Abwerten eine abwertende Bezeichnung ist. Und das kann man vielleicht in bestimmten Kontexten nur als Witz meinen oder man kann sich nichts anhaben lassen. Aber das ist sozusagen ein Sekundäreffekt zu der eigentlich lexikalisch-semantisch verankerten, priorativen Bedeutung. Ja, und jetzt kommt Lan Horncheid, die nochmal eine ganz andere Perspektive einnimmt. Ich möchte zitieren von dem Klappentext des Buches, aus dem der Text stammt. Dort heißt es, verbale Beschimpfungen, wir können auch sagen Schimpfwortgebräuche, sind keine zufällig stattfindenden Sprachhandlungen. Sie basieren auf gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität und Abweichung. Durch die Abwertung der Beschimpften als anders und nicht der richtigen Norm entsprechend üben sie eine Macht aus, die aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Positionen der Beteiligten entsteht und den Beschimpfenden gegenüber dem Opfer stärkt. Ein paar Dinge sind ja relevant. Zunächst mal hier geht es um Sprachhandlungen. Das ist also eine konsequent pragmatische Sichtweise. Hier werden schon auch Schimpfwörter adressiert, aber sozusagen immer nur, indem sie in Sprachhandlungen vorkommen. Und das andere ist, dass im Hintergrund immer Normalitätsvorstellungen stehen, die sozusagen genutzt werden zu pejorativen Zwecken. Und damit sind auch die Sprachhandelnden in ihren Machtpositionen, in denen sie zueinander stehen, adressiert. Und aus diesem dynamischen Zusammenspiel entsteht dann sowas wie die verletzende Kraft. Das Schöne an diesem Modell oder das Neue ist, dass es auch strukturelle Diskriminierung einbeziehen und erklären kann. Also solche Diskriminierungen, die möglicherweise gar nicht bewusst geschehen, die den Einzelnen nicht wirklich intentional verfügbar sind und die möglicherweise sogar von den Betroffenen gar nicht unbedingt als solche erfahren werden, die aber trotzdem diskriminierend wirken, die ausgrenzen und so weiter. Und zwar indem sie Normalvorstellungen und Machtverhältnisse aufrufen und reproduzieren, die immer auch exkludierend und inkludierend wirken. Und das ist wie gesagt das Neue. Nur mal ein Beispiel, das möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Versuchen Sie sich mal dazu ein paar Gedanken zu machen, warum das hier ein Beispiel für Priorisierung sein kann. Eine Werbung von Firefox.de aus dem letzten Jahr. Muttertagschallenge. Erklär deiner Mama in einem Satz, was ein Passwortmanager ist, in den Kommentaren. Es hat viel Kritik gegeben bei diesem Tweet. Er ist als misogyn beschrieben worden. Und versuchen Sie das mal für sich klarzumachen, warum könnte das Priorisierung sein, was hier stattfindet. Als kleiner Hinweis, welche Normalvorstellungen werden hier eigentlich aufgerufen, also gewissermaßen als gültig vorausgesetzt und inwiefern schafft das möglicherweise Ungleichheit. Also das als kleiner Input von mir. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Viel Spaß bei der Lektüre. Ciao.